Bänkel aus Bänkel aus, ja Wir sind angst und schickt die Hunde zurück, eher zu ihren Müttern Ok, hab ich jetzt nie gehört So Wo kommt die Tank? Ich hab schon wieder die falsche Waffe und ich könnte Wir verlieren Einsatzziel Albert Boah, ne, komm, nicht beide Punkte dritt auf einmal weg Nein Wieder war die Hälfte von unserem Team immer nicht Seit ich gespawnt ist Ja Ok, toll Super Hat zwar nichts Das ging ziemlich fix Eigentlich hätten wir ein bisschen länger halten sollen Ja, aber das ist immer wenn das eine Team schneller spawnt als die anderen Ja, gut Oh, ich hab den Panzer getroffen Leider nur mit Brandbomben Das ist halt der Nachteil gegen Fahrzeuge Aber ich mein, du kämpfst mehr mit einem Bomber gegen Soldaten Gegen Fahrzeuge Boah, Panzer, Panzer, Panzer Nachredrick Da hat mich eben ein schwerer Panzer vom Himmel geholt Da hat mich eben ein schwerer Panzer vom Himmel geholt Hier sind sie nämlich auf Zack Hier sind sie nämlich auf Zack Hier sind sie nämlich auf Zack Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Hier sind die Granate Hier sind die Granate Und jetzt schon, gerade zu Ich bin ein bisschen in die Louis gegangen weiter, damit ich da mal meine Service-Dings krieg Hab der Paul nicht mehr viel Ne, ich komm irgendwie nicht klar mit dem Ding Ja, ist das auch nicht mein Ding, aber Es ist halt so, wenn du im Grabenkampf bist, dann ist das vielleicht ein ganz cooler Ding Waren sonst nicht Ich dachte schon, du läufst an mir vorbei Ich dachte schon, du läufst an mir vorbei Ne, ne Ich guck mal, ob die Luft rein ist Ja, klar Ne, die ist nicht rein Ja, ja, ja Jetzt wird sie nach hinten gerafft Da kommt der schwere Panzer Ach Mist, schon wieder bei B gespawnt Ach Mist, schon wieder bei B gespawnt Nein Ach du mir noch kommt da noch Ach Ich hab noch erwischt Weiter dabei Ja, der hat mich gerade spatiniert Ähm Das macht schon unser Squad-Mitglied ganz da hinten Das macht schon unser Squad-Mitglied ganz da hinten Ich kann noch das Medipack schmeißen Und dann hat es mich da weg gesnipert Ich wollte mich gerade hinlegen Gerade der Kopfnuss aus dem Loch rausgeguckt wahrscheinlich Und dann Da Und Ich weiß nicht Hier Ich weiß nicht Ich weiß nicht Phillips Ja, wir cappern Die Hälfte der feindlichen Truppen wurde besiegt. Sehr schön. Wir haben Einsatzziele Albert erobert. Boah. Oh, ich hab'n geflüchtet. Nee, echt? Für so'n Messer. Messer-Infight hier. Was macht denn der Squad mit dir denn? Also, der Sniper-BP für... ...der dem Sache. Jetzt hat er mich dahin gerafft. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Der Squad ist voll verteilt. Wir haben den Sektor verloren. Ach... Ich hoffe, dass man wiederum hat. Oh! Panzer. 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 P-p-p-p-p-p-p. Auf die andere Seite. Die Hälfte der feindlichen Truppen wurde besiegt. Hier, Munition für dich! Die einfach wegholfen lassen. Hier, Munition für dich! Nein, ich wurde gerade rätseln, verdammt. Sanitäter in der Nähe. Oh, Dude! Ja, jetzt sind sie da oben die ganze Lampeck-Snipern. Snipern können die von mir aus, nur die Punkte nicht einnehmen. Die haben aber C schon, jetzt holen sie sich B. Ja, ist nix. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Oh, nein. Ja, Sunny! Oh, der läuft weg. Ja, Einsatzziel Cäsar erobert. Ach. Oben einer. Albert Einstein. Das hat er nicht kommen sehen. Oh. Hier, Munition für dich! Ah, die Hälfte auf der anderen Seite gegenüber. Hm. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Ach. Achtung, die sind da oben wieder. Ah, die sind da in diesem Gang irgendwie. Jaja, die sind oben und unten. Noch 50 Angreifer. Hier, ich hab's ja. Ich hab's ja. Hier, ich geh nach hinten. descrição. Da. Das ist doch Bock hast zu tun. Hier, hinten, unten, unten. Hier, hinten. Hier, hinten. Ich hab's ja, hinten! Oh, hier! Hier! Anne! Hier, hinten! Ich bin ja gerade durchs. Ich bin ja gerade durchs. Das sah jetzt krass aus, ey. Ich wollte hier grad einen Medipack da hinschmeißen und auf einmal BÄM, ist weg. Noch 20 Angreifer. Einfach mal ein paar Saltos gemacht. Ja, auf jeden Fall, äh, B-Note. Oh, steht direkt zu C. Na, wenn, dann schön sterben, ne? Naja. Ach, dieser Flammen-Wanser. Na komm, das schaffe ich mal. Wird hoffen. Ja. Ja, vor zwei Jahren. Das ist dann der erste Angriff von denen erst gewesen, ne? Jaja. Was ist denn immer dieses Fair Fight Band eigentlich? Ich schätze mal, das ist sowas wie Punkbuster. Der Feind bekommt Verstärkung durch einen Luftschatten. Bei halt irgendwas von EA. Okay. Speed Protection oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Oh man, jetzt weiß ich einmal, wo die Flags stehen. Hehe. Hm. Ich bin schon verloren hier. Ich bin schon verloren. Ich bin schon verloren. Ich bin jetzt mal zu C unterwegs. Okay, das sieht nicht gut aus, glaub ich. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Die kommen jetzt auch noch mit dem Panzer an. Heißt, B ist auch gleich, glaub ich. Wir haben Einsatzziel Werther verloren. Hach. Um zu C zu C. Oh. Ah, sehr schöne Unterstützung. Gibt's sehr. Was ist das? Was? Ich weiß nicht. Ist ein Luftschiff runtergekommen. Ich denke, was geraten wir in Brunnen hier. Ja, das ist auch irgendwie genau obendrauf gelandet. Ja, ich stehe da drin bei C direkt an der Flagge und denke so, was ist denn hier los? Hier bricht die Hölle. Ja, das Ding. Ja, das Ding. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Na, das wäre das Luftschiff gewesen, etwas wie früher gehabt. Nein. Oh, Panzer. Nö, nö. Doch nö. In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützenkit verfügbar. Ja, das war scheiße, weil wenn dein Respawner nicht bereit ist irgendwie, ne? Und du den Panzer auswählst, du kriegst ihn trotzdem nicht. Okay. Komisch gemacht, finde ich. Ja, das muss noch echt verfeinert werden. Gibt schon so Punkte. Brandgranate dafür mal eben kurz. Drei Kills. Na, dann ist das mit dem Panzer schon gar nicht los. Können. Ja, dann ist das mit dem Panzer schon gar nicht los. Ja. Das ist das schön an diesem leichten Panzerkit. Natürlich Smoke, hau ab! Bleib mal eben! Ich hab sogar ein fites Geschützten aus der Artillerie Sturmfeindert! Behalten Sie im Auge! Das ist ein falscher Speer! Das ist ein falscher Speer! Sag mal! Boah, das gibt's nicht! Vergessen nachzuladen, einen Schuss nur gehabt! Verdammt! Plastika! Will Gott sagen! Todes Ursache, leeres Magazin! Der Feind hat das letzte Einsatzziel erraten! Der Feind hat das letzte Einsatzziel erreicht! Der Feind hat das letzte Einsatzziel erreicht! Sturmzater abgesichtet. Das ist dein feindlicher Sanitäter. Das ist ein feindlicher Schuss. Das ist ein feindlicher Schuss. Das ist ein feindlicher Schuss. Woher kommen die Polizei? M.G., seid vorsichtig! Augen auf! Sanitäter! Ich hab hier einen feindlichen Speer! Er ist ein Speer! Ich überlebe relativ lang gerade mit Lippern und so. Da drüben ist halt feindlicher Sturmsoldat! Die Hälfte der feindlichen Truppen wurde besiegt. Ich sehe einen Sanitäter! Seht ihn! Sturmsoldat! Seht ihn! Sturmsoldat! 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 Er ride! Er ist so viele Lippern. Ja, Sanitäter 9 Loot Ich möchte es euch mal daneben Jetzt haben sie uns hier ausgehoben Die ganze Zeit schön unten an der Kante von dem Gebäude versteckt Die ganze Zeit Ich überlebe hier mit dem Panzer die ganze Zeit Wunderbar Oh, da sind wir hier hinten bei B Okay Ich glaube die sind aber schon Angst, glaube ich, alle erwischt Wir verlieren Einsatzziel Albert Noch 50 Angreifer Ja, jetzt bin ich auch tot mit dem Panzer gegangen Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020